. . . . . . Hallo miteinander. Wohin des Weges? Wir fahren nach Zermatt. Nach Zermatt? Und wo seid ihr denn? Aus Graz, aus Österreich. Ah, schön. Graz. Wollt ihr ... Oder willst du ein Nokia gewinnen? Ja, genau. Ja, ja, ja. Ihr wollt auch ein Nokia gewinnen? Ich geb dir aber nur eins. Kann er denn schon telefonieren? Ja, ich weiss nicht. Ich spiele mit Oliver ein Spiel. Wenn er das Spiel nichts richtig macht, färben wir dir die Augenbrauen schwarz, also nur eine, Logos. Ihr müsst ihr raten, von welcher Firma das ist. Was ist das? Hm ... Boah, das ist schwer. Das ... Ein Auto, schätze ich mal. Äh ... Bente? Sieht fast gleich aus. Ist etwas kleiner. Mini? Mini. Super. Also, mal gucken. Mini? Mini. Super. Also, der hat's richtig. Was macht den Zermatt? Wandern und Bergsteigen. Wandern und Bergsteigen. Das ist die Marke. Was ist das? Ralph Lauren, genau. Er hat recht. Er hat recht. Wie hast du das jetzt gewusst? Wir machen drei. Wir machen drei mit ihm. Was ist das? Jetzt zeigen wir es dir auch noch. Du darfst es aber nicht sagen, weil sonst würde das seine Meinung beeinflussen. Was ist das? Ach, es ist ein Sport. Hast du gesehen, wie er gelickt hat? Hast du gesehen? Das war auch was. Er ist so intelligent. Das Baby. Okay, das Allerletzte. Das Nokia gehört fast euch. Es gehört fast euch. Das Allerletzte. Das mag der Papa. Das mag der Papa. Weisst du's? Es ist ein Bier. Kann man nicht weiter sagen. Was ist das? Guck mal hier. Feldschlösschen. Alle richtig. Alle drei richtig. Ich habe gerade ein niegelnagelneues Nokia Lumia 925 gewonnen. Also nein, er. Ja, vielen Dank. Schön. Ja, schön. Danke euch vielmals. Oh, oh, oh. Der hat Angst. Der ist schon voll schreckt. Ist ja gut. Danke vielmals. Danke, danke. Bis. Erstmal in der Schweiz. Nichts. Oh, Yourself. Hab